Tja, wenn man nicht auf Aufnahme drückt, dann funktioniert es auch nicht. Wie geht es euch denn? Hi, guten Morgen. Ja, ich bin da. 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 Wie viele Seelen sind denn heute da? Ich bin da. Zehn. Zehn. Und Kinder? Und Kinder? Ich bin da. 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 Das war's für heute. so ja ja ich mach gleich weiter Dauert einen kleinen Moment bis hochgeladen ist die Spiritus Ghost Box Welcome to Spiritus Ja, bin da. Guten Morgen Dankeschön, Michael Ja, ihr lieben Seelen, auch die könnt ihr manipulieren und euch nochmal zeigen in diesen Farbeffekten Hallo Thomas, guten Morgen gupp ja gupp 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 sehr Ja, guten Morgen, wer bist du denn? Maler, guten Morgen Maler, wie geht es dir Maler? Hallo Anja, auch dir einen guten Morgen. Ja, ich bin da. Ja. Ja, gut, aus. Na, good luck. Wer zeigt sich denn daneben der Kerze und lässt sie hüpfen? Wie kann ich dir helfen? Wie geht es dir? Hallo Phyllis, guten Morgen! Wie geht es dir? Wie viele Seelen sind denn heute da? Wie kann ich dir helfen, mein Lieber? Wie geht es dir? 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 Vielen lieben Dank für eure Kommunikation. Ihr bleibt, wo ihr seid und ich bleibe, wo ich bin. Bye, bye. So. Das war's für heute. Ich halte nochmal aus hier. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und sage mal bye, bye, bis zum nächsten Mal. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe mit diesen drei Apps, damit mache ich die Seelenbilder mit diesen Farbeffekten. Die muss ich jetzt nur noch auswerten. Da gehe ich Step für Step bei, also Bild für Bild. Und dann, wenn ich was sehe, dann mache ich da einen Screenshot. Dann lasse ich die Bilder normalerweise so. Ich sehe sie ja so, aber für die Mitglieder tue ich dann meistens noch einen Farbfilter drauf. Ein bisschen, ein bisschen vergrößern, ranzoomen und ein bisschen Kontrast und Helligkeit, damit auch jeder erkennen kann, wer sich da zeigt. Okay, bis dann. Bye, bye.